Also schon auf mir drauf, was in der Badewanne passiert ist, bleibt in Geheimnis. Oh, schön vor den anderen, Freunde. Ich hatte da eigentlich schon das Gefühl, dass da was bei ihm auch entstanden sein könnte. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Bachelorette-Reaction hier auf diesem Kanal und heute zu Folge 10. Weiter geht's jetzt mit einem Gespräch mit Stella. Ansonsten gibt's eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Gerne noch ein Like und ein Abo dalassen. Und die ganze Folge gibt's natürlich bei RTL Plus. Ist unten verlinkt. Und damit, let's go! Ja, es gab ja sonst schon noch ein bisschen Drama. Ich glaub, wegen Luna und so. Das ist halt so. Sie ist ja nicht mehr da, deswegen. Ach, glaubt der Martin das? War er da nicht dabei? Fast ist auch. Ich war auf jeden Fall involviert. Ja, also generell gab's einfach Sachen On- und Off-Cam und Unehrlichkeiten. Ich hab halt leider trotzdem super falsch reagiert am Ende. Also nicht zu ihr, sondern ich hab mich im Zimmer entladen. Hab Vokabular benutzt, das ich fühle, dass ich mich sehr... Also das hat er aber auch nicht zum ersten Mal benutzt. Sehr schäme und auch bei jedem mein Herz. Entschuldige. Dann danke fürs Teil. Ach, das war's jetzt schon. Also das war jetzt alles zu dem Thema mit Luna. Ja, da wurde wirklich alles angesprochen, was passiert ist, Freunde. Also wirklich so eine ausführliche Aufarbeitung des Ganzen. Das ist wirklich krass. Da muss man halt wirklich sagen, trotzdem ist das schon gut von Ferry, dass er so den Kopf dafür hinhält. Weil Martin zum Beispiel hat jetzt nichts gesagt. Die anderen auch nicht. Aber Martin war ja eigentlich derjenige, der so hauptsächlich beteiligt war. und eigentlich nicht mal Ferry. Also der so im Nachhinein. Aber Martin war ja so der, ja, irgendwie Auslöser mit des Ganzen. Und von dem kam einfach gar nichts dazu. Unfassbar. Spricht irgendwie für sich. Langsam denke ich schon, dass da Gefühle mit im Spiel auch sind. Martin, hättest du Lust, mit mir zu kommen? Nicht überleben, nein. Boah, also ich glaube, das wird einige Leute sehr ärgern, dass dann immer Martin derjenige ist, der so einfach durchkommt. Also letztes Mal als erster die Rose bekommen, dann das Einzeldate, also jetzt das Einzeldate. Wurde nicht weiter zu der Sache von vorhin befragt. Also der, der schlingelt sich ganz gut durch, kann man sagen. Wobei ich mir aber sicher bin, der wird so außerhalb der Ausstrahlung jetzt im Nachhinein bestimmt einiges abbekommen. Das fällt mir übrigens jetzt erst auf. Das ist ja sogar schon das zweite Einzeldate, was der bekommt. Quality Time und Physical Touch sind meine Love Languages. Die kann ich null ausleben. Stella nimmt einfach den halben Bosch hier mit. Also bei dir ist viel passiert nach dem Kuss? Ja, schon also. Ja, ich hab schon was an mir gespürt, dass sich da was legt. Ja. Genau, das kann sich dann jeder so ausmalen, was da so passiert ist. Also ich find wirklich manchmal, die Erzählungen von ihm sind ziemlich lustig. Jetzt mal irgendwo weg bist du das so und du dann datest. Aber wenn der Partner dir jetzt alles geben kann, würdest du das dann immer so sehen oder nicht? Ähm... Aha, Freunde. Das ist natürlich noch das altbekannte Thema hier. Got you, Homie! Da merkt man auch, also es ist ja gut, dass er das anspricht, aber da merkt man auch, wie wichtig ihm das ist. Weil er ja mit vielem von ihr jetzt eher nicht so übereinstimmt. Und ich, also ich glaube, das könnte schon schwierig werden. Ich glaube, erstmal auf jeden Fall nicht. Ich weiß halt nicht, ob das auf Dauer wirklich so realistisch ist. Tja, und das ist, glaube ich, das Problem. Also ich sag euch ganz ehrlich, bei Martin hätte ich wirklich gedacht, am Anfang aber schon, der packt irgendwann die Koffer und haut einfach ab. Weil das ja mit Stellan nicht so übereinstimmt. Und ich hätte gedacht, er ist dann so jemand, er sieht dann so, okay, irgendwie ist das, glaube ich, nix und zieht das auch gar nicht weiter durch. Oder, ja, was heißt, zwingt sich nicht weiter dazu. Aber ich weiß halt wirklich nicht, ob er mit ihren Vorstellungen so kompatibel ist. Dass da gar kein Wunsch mehr aufkommt, dass man mal wieder irgendwie ein Reiz des Neuen oder sowas haben möchte. Und ich fände es einfach wichtig, dass man zusammenschaut, was da die beste Lösung ist. Das ist mir auch richtig. Ja, die Frage ist, warum denkt die das? Also ich meine, Martin hat das jetzt auch nicht weiter ausgeführt. Der Kuss ist dann so von wegen, ja, ja, komm, scheiß drauf so, ne? Machen wir das Thema mal zu. Einfach nicht weiter drüber reden. Tun wir mal so, als gäbe es das nicht. Martin ist bei mir jetzt nochmal nach oben geschossen, so. Alltag könnte ich mir auch mit dir vorstellen. Ja. Sagt man, ich liebe dich. Koch am Chef. Koch am Chef. Süß. Koch am Chef. Okay. Okay. Freunde, das ist einfach so lustig, weil da fällt mir voll die Parallele auf bei denen. Das habe ich vorher nicht gemerkt. Aber, also Stella ist ja schon bekannt dafür, dass sie sehr viel lacht und irgendwie immer gut drauf ist. Und er lacht auch die ganze Zeit. Ich hoffe, es kommt nicht zu so vielen Küssen mit anderen. Ja, so viel auch zu dem Thema mit der Eifersucht von vorhin. Aber das kann ich nicht verhindern, gell? Also, es ist schon sehr besonders jetzt. Also, ich sage euch ehrlich, Freunde, Stand jetzt, glaube ich, den, also Stand jetzt, würde die ihn wählen am Ende. Das kann sich natürlich noch ändern, wobei wir halt auch einfach schon in Folge 10 sind. Und eigentlich müsste ja in Folge 12 das Finale kommen, oder? Also, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr, wobei, vielleicht eine Folge mehr. Weil in der ersten Woche gab es ja eine Doppelfolge. Aber, also, maximal drei Folgen hat es noch, glaube ich. Abschließende Worte von Stella. Du gehst über eine Wiese. Du hörst einen kleinen Vogel zwitschern. Dann schaust du zu deiner Seite. Ich glaube, der wird so hart bei den Reinplatzen gleich. Du gehst langsam auf das Haus zu. Du gehst langsam weiter. Nun gehst du auf die letzte Tür zu. Du nimmst die Hand und öffnest sanft die Tür. Ja? Hello? Lustig, irgendwie wie gut die Geschichte von Emma einfach zu dem, zu dem Zurückkommen von Martin gepasst hat. Vielleicht hat die auch einfach in die Zukunft geguckt. Also, vielleicht weiß die auch schon, wer gewinnt. Da bin ich natürlich mal gespannt, was er denen jetzt so vom Date erzählt. In die Badewanne zusammen eingestiegen. Ist ja auch alles hier so ein bisschen Spiele und so, Methode. Ist das schon auf mir drauf? Was in der Badewanne passiert ist, bleibt ein Geheimnis. Er hat schon gesagt, dass ich was Besonderes bin. Das ist so lustig, weil er erzählt immer so ruhig und er macht so diesen zurückhaltenden Eindruck. Aber auf der anderen Seite lässt er das halt auch immer übel raushängen, was da so passiert ist. Dass die ein bisschen so gemerkt sind. Wir haben gesagt, dass wir beide Lust hätten auf den nächsten Schritt. Aber was heißt nächster Schritt? Tja, was heißt das denn, Martin? Harte, harter Tag. Ja, bei Martin auch heute. Tja, der nächste Tag, Freunde. Hier wurden auf jeden Fall irgendwelche Outfits in die Villa geliefert. Gucken wir mal, was die vorhaben. Am Ball zu bleiben ist auf unserer gemeinsamen Reise hier das A und O. Deswegen schwingen wir heute die Golfschläger. Ah, geil. Kusa, Devin, Ferry, Jan, Erik. Erwarte euch zu einem sportlichen Match mit kleinem Twist. Kleiner Twist. Könnte natürlich wieder für einen Rauswurf stehen. Könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Also Gruppendate auf jeden Fall. Und das gab es ja auch schon ein paar Mal, dass dann irgendjemand gehen musste. Beziehungsweise dann danach halt rausgeflogen ist. In jedem Loch ist so ein kleines Zettelchen. Gibt Stella einen Kuss an eine Stelle ihrer Wahl. Jetzt bin ich mal gespannt. Nimmt die jemanden, der schon generell einen Kuss mit ihr hatte? Oder eine Person, die noch keinen hatte? Haben wir ja auch nicht so viel. Wobei, doch, haben wir sogar einige dabei. Erik hatte, glaube ich, keinen. Akku hatte keinen. Und Jan hatte auch keinen. Wie wir noch wissen. Devin. Auf den Mund. Schön vor den anderen, Freunde. Soll Devin gerne seinen Kuss mitnehmen. Ist mir scheißegal. Ich sehe Devin auch null als Competition. Das ist so lustig bei ihm, weil er manchmal einfach so übelst sauer wirkt. Und dieses Interview war ja nicht mal jetzt irgendwie unmittelbar danach ein paar Sekunden, sondern das war ja irgendwann später. Ich denke, dass das eine sehr brüderliche Freundschaft wird zwischen ihm und Stella. Okay. Er ist eingeladen zur Hochzeit, falls das mit mir passiert. Ja, korrekt. Imitiere eine Person aus der Runde. Die anderen müssen erraten, um wen es sich handelt. Okay, Freunde. Dann imitiere ich mal jemanden und ihr ratet in den Kommentaren, wer es war. Dann würde ich einfach mal anfangen mit F*** die Wechse. Oder für 200 Follower zur F*** zu machen. Schreibt mal unten rein, Freunde. Wer war ich? Das Erste, was mir in den Kopf kam, ist fies. Das war ich nicht. Mach es einfach. Wir könnten auch noch ein paar Einzelgespräche führen, falls jemand möchte. Immer gern. Aber ich denke, da werden sich alle drum streiten, oder? Ja. Ich gehe mit dir. Ich fand es nicht so cool, dass er sich da jetzt vorgedrängt hat für das Einzelgespräch. Dann bis gleich. Achso, weil sie gefragt hat und er einfach gesagt hat, ich. Ah ja, stimmt. Das geht natürlich gar nicht. Ich finde, es ist keine Qualität, wo ich einem Mann sagen würde, hey, stark, guter Move. Ja, das hätten wir jetzt aber gehofft, ne? Also, ich verstehe gar nicht, warum der auf einmal so generell immer so negativ ist. Sehen die das? Ja, ja, doch. Trinkt irgendwer noch? Ich würde einen kleinen Schluck nehmen. Aber schieß da hinten hin. Wird ja nicht aufhören, wenn niemand hingeht. Genau. Darf ich stören? Oder Emma hat es mir erzählt. Du kannst es zu Ende erzählen. Und ich, du darfst nicht? Ja. Geht sofort, eine Miete. Ja, hat er weniger gut funktioniert? Ich glaube, solche Sachen muss man lieber Ferry überlassen. Wenn er reinkrätscht, dann richtig. Habt ihr euch gut unterhalten? Was? Was willst du? Komm mal her, komm mal her, du warst. Ah, ist gegangen. Komm mal her. Ob du da irgendwie immer noch was zwischen uns siehst? Ja. Gute Frage. Da muss dann auch einfach mal von dir ein bisschen was vielleicht kommt. Hey gut, also immerhin hat ja vorhin das Gespräch gecrasht. Also ich wollte es dir nur mal erwähnen. Okay, Freunde. Gibt es noch ein Einzeldate oder nicht? Und ich darf auch eine Person hier behalten. Ich glaube, Erik. Derin. Okay. Nicht Erik. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alles cool. Ich hatte einen schönen Tag. Mega Zeit. Hoffentlich darf ich das Outfit auch behalten. Also alles gut. Alles gut. Aber Hauptsache, ich darf das Outfit auch behalten. Martin. Mein Herz. Wie süß. Die Freude ist wirklich riesengroß. Na, Freunde, wie war? Über Ferry freut er sich mehr. Man muss nicht mehr so kollegial und fair sein. Wieso, was ist passiert? Oh, jetzt beschwert sich Ferry, glaube ich, gleich wieder. Wer dich küssen soll, dann hat er bei Devin, ne, so gesagt, Devin auf dem Mund. Und wir mussten zugucken. Das war voll unangenehm. Ja, das ist schon wirklich unangenehm. Dann schalten wir natürlich mal rüber ins Einzeldate. Aufs Social Media Post. Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus allem, was mich beschäftigt. Also ich habe zum Beispiel auch mal von einem Dreier erzählt, wie ich das fand im Nachhinein. Und... Und? Also meinen ersten Dreier fand ich richtig cool. Ja gut, also die Storys würde ich mir jetzt nicht unbedingt anhören an seiner Stelle. Aber er hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es vielleicht mehrere gab. Das war mit einem Pärchen. Und die haben mich so ein bisschen abgeschleppt. Das fand ich ganz toll. Sonst hatte ich zum Beispiel auch einmal ein Dreier mit zwei Männern. Ja, habe ich nicht ganz so gefühlt. Und sonst hatte ich schon auch schöne, so ein bisschen andere Konstellationen irgendwie noch mit einem Pärchen. Ich mit einem Hängsel und dann noch mit einem Pärchen. Ach so, also... Ja gut, okay Freunde, egal. Lassen wir das einfach. Ich frage mich, ob ihm das unangenehm ist oder nicht. Weil ich kann es auch nicht richtig ablesen. Der wirkt eher nachdenklich. Ich glaube, der hat natürlich auch einige Bilder jetzt im Kopf. Aber gut, er wollte die ja haben, ne? Er hat ja nachgefragt. Nochmal so ein bisschen Dreier-Konstellationsmäßig, aber meistens dann zwei Frauen. Hattest du schon mal ein Pärchen? Ne, wenn, dann würde ich es mir, glaube ich, nur mit zwei Frauen so vorstellen können. Mhm, nicht mit Jan. Das hat sie nicht rausgehauen. War wichtig, das Date? Ja. Ja? Ja. Hat ein bisschen Klarheit gebracht? Nein. Da freue ich mich jetzt drauf, Freunde. Devin ist nämlich zurück und erzählt denen jetzt natürlich mal vom Date. Ich glaube, Fairy freut sich auch schon. Sehr schön. Das habe ich auf jeden Fall echt gebraucht jetzt. War es geschwisterlich? Hä? Das ist wirklich... Also, Fairy haut manchmal so Dinge raus. Was soll man dazu sagen, ey? War es geschwisterlich oder mehr? Nein, wieso? Geschwisterlich. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob Fairy jetzt so einen Konkurrenzgedanke hat. Die wissen noch nicht, dass heute die letzte Nacht der Rosen hier in Thailand sein wird. Echt jetzt? Die letzte Nacht der Rosen in Thailand? Aber was kommt dann danach nochmal? Dann kommen, glaube ich... Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Aber dann gibt es ja wirklich nicht mehr viele Folgen. Ich glaube, dann gibt es nur zwölf. Wir machen eine coole Party. Aber ich muss mich auch von vier verabschieden. Krass. Also, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ey, da wird ja richtig aussortiert heute. Das werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr sehen. Aber nächste Woche dann. Krass, vier Leute, Freunde. Das ist ja... Die Hälfte, glaube ich, oder? Danach geht es zurück nach Deutschland. Es geht mit den Home-Dates schon weiter. Ach, stimmt. Genau. Die gibt es ja auch noch. Aber gab es nicht auch immer noch Dream-Dates? Ich wollte halt nicht Akku dann reinkrätschen. Das ist Pech für Akku. Ich werde rein... Passiert halt. Aber das wollte ich hier ersparen. Habe ich es nicht gesagt, Freunde? Wenn er reinkrätscht, dann richtig. Ganz ruhig bleiben. Ich bin super ruhig. Okay, dann mach auch ruhig, ne? Mach du doch ruhig, ja? Ich merke, irgendwie ist da... Da ist irgendwas. Und wir müssen das Eis zum Brechen bringen. Schön vor Ferry. Aber gleichzeitig war es auch so ein bisschen schwierig. Okay, nee. Dann kein Kuss, Freunde. Also, ich glaube, sie wird leider keine Rose bekommen. Dann, glaube ich, Jan wird auch aussortiert. Emma, denke ich, auch. Tja, und wer ist die Nummer 4? Da lassen wir uns überraschen, Freunde. Würde ich eher haben, dass du mir keine Rose gibst. Wenn du aber sagst, hey, da ist noch ein Gleichaufrennen und so, dann bin ich sehr gerne noch da und Opfer sozusagen mein eigenes Leben dafür. Ja, also, ich weiß auch nicht, Freunde. Was soll man dazu sagen bei Ferry? Also, manchmal glaube ich, irgendwie der ist in so einem Paralleluniversum. Also gut, er weiß ja auch noch nichts davon, dass heute vier Leute aussortiert werden. Das wird die auch übelst wegschocken später. Und ich, ja, wobei, ich glaube, er könnte auch einer davon sein, ja? Doch, ich glaube, er ist der vierte. Aber er drückt das wirklich immer alles so, also wirklich brutal hart aus. Ich verpasse sehr viele coole Sachen hier und das mache ich sehr gerne. Ja, ich meine, du wolltest ja auch da mitmachen. Also, natürlich verpasst du dann was in Deutschland, aber... Also, wenn ich Stella wäre und würde das hören, dann würde ich mir wirklich denken so, was geht denn ab bei dem? Also, so chill mal ein bisschen, übertreib mal nicht direkt und warte einfach mal ab. Oder will er ihr ein schlechtes Gewissen machen oder was ist die Mission? Ein verlorener Romantiker, der ist unbedingt seit dem Sonntag übergangen. Also, ich würde dich jetzt nicht hier vorlegen. Ja, ich würde jetzt immer beschränken. Ich weiß bloß nicht bei mir mit den Emotionen, genau. Bei mir dauert es immer länger. Okay. Ja. Genau das würde ich zu sagen, dass ich Angst habe, mich, genau, dass ich verletzt werde halt. Ich hatte da eigentlich schon das Gefühl, dass da was bei ihm auch entstanden sein könnte. Ja, das kam halt schon auch so rüber, würde ich sagen. Also, bedeutet, vielleicht wird Martin durch Jan ersetzt. Und der bekommt dann doch eine Rose und Martin bekommt keine. Ey, das ist so krass, Freunde, weil man es einfach gar nicht einschätzen kann. Also, theoretisch könnte ich auch mit meinen Vermutungen voll daneben liegen. Ähm, respektvoller werden, ne? Wenn man das vielleicht nicht vor allem macht. Ja, das stimmt. Ich fand es so ein bisschen treist, muss ich sagen. Weil ich glaube, Martin wollte so sich da sichern und den anderen zeigen, boah, Stella ist jetzt meine safe Sache. Ja, ja, 100%. Also, genauso kam das, finde ich, auch rüber. Ich muss mich heute tatsächlich von der Hälfte trennen. Boah, Alter. Okay, Freunde, dann gucken wir natürlich mal, welche vier jetzt die letzten Rosen bekommen. Ich bin gespannt, ob ich mit meiner Vermutung recht habe. Minigolf, warst du nicht so zielsicher? Okay, das ist auf jeden Fall Devin. Das war, glaube ich, in der Reaction nicht drin, aber das ist Devin. Für mich bist du aber ein Volltreffer, Devin. Seit unserem ersten Kuss gehst du mir nicht mehr aus dem Kopf. Leila, Martin. Ey, das ist so spannend. Die letzte Rose, Freunde. Also, mein Tipp, ich sage, Erik bekommt die letzte. Oder Jan, einer von beiden. Three spoons of sweet. Ja, das war natürlich so klar, Freunde. Das erfahren wir heute nicht mehr. Sehr spannende Folge. Also, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, was denkt ihr denn? Wer bekommt die letzte Rose? Bin ich wirklich mal gespannt, was ihr schreibt. Ansonsten hoffe ich, ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei. Gerne noch ein Like und ein Abo dalassen. Bis dahin. Und ciao.